Bei der Station Personenrettung muss ein 70 Kilo schwerer Dummy über eine Gesamtstrecke von 60 Metern gerettet werden. Dazu zieht ihr die Puppe 30 Meter hin, macht eine Wende um ein Hütchen, was sich im Optimalfall nicht bewegen sollte und zieht 30 Meter wieder zurück über die Startlinie. Für diese Station braucht ihr ganz viel Beinmuskulatur. Das heißt, alles womit ihr die Beine muskulär fertig macht, ist gut zur Vorbereitung. Ihr könnt Kniebeugen machen, ihr könnt euch schwere Gegenstände suchen, die vor dem Körper fixieren und damit rückwärts laufen oder gegen Widerstandsbänder laufen.